Was ist der Bildungsbereich? Man könnte die auch in Bezug auf Wirtschaft, auf Ökonomie, auf den Arbeitsmarkt, Mobilität, Handel und so weiter, könnte man sie alle entsprechend beziehen. Aber uns geht es natürlich um Bildungsprozesse und konkreter gesagt geht es auch um Medienbildung, also den souveränen, den selbstbestimmten Umgang mit Medien. Und deswegen habe ich hier nochmal ein Zitat rausgesucht, der den Bildungsbegriff ganz gut auf den Punkt bringt. Nämlich Bildung ist ein dynamischer Prozess, der die reflexive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt zum Ziel der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung beschreibt. Und in Abgrenzung dazu also die Ausbildung, die zum gezielten Erwerb von Wissen und definierten Kompetenzen beschreibt, ist der Bildungsbegriff viel offener, viel, viel weiter angelegt. Und genau darum geht es, wenn wir uns mit gesellschaftlich-kultureller Medienentwicklung, wenn wir uns über gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung unterhalten, nämlich die reflexive Auseinandersetzung eines jeden Individuums mit eben dieser Umwelt, die, hatte ich beim, als wir uns über Sozialisation unterhalten haben, schon gesagt, die sich extrem schnell verändert. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele, wie sich entsprechend das Mediensystem verändert. Und zunächst mal muss man, wenn es um Umwelt geht, also um das Verhältnis des Individuums mit seiner Umwelt, muss man dann berücksichtigen, dass diese Umwelt durch gesellschaftliche Metaprozesse, ich sage gleich, warum das Metaprozess heißt, geprägt ist, jetzt für den Bereich, in dem wir jetzt hier zusammengekommen sind, eben die Einführung in die Medienpädagogik, sind das im Wesentlichen die Metaprozesse Mediatisierung und Digitalisierung, die entsprechend auf die soziale und materielle Umwelt einwirken. Jetzt gibt es natürlich noch weitere Metaprozesse, die Sie bestimmt auch so schon gehört haben, Individualisierung, Globalisierung zum Beispiel und eben auch die schon erwähnten Mediatisierung und Digitalisierung. Und da fragt man sich zunächst mal, warum nenne ich sie Metaprozesse? Einfach deswegen, weil gemeint damit ist, dass diese sozialen und kulturellen Entitäten auch den Wandel des Individuums beeinflussen, also eben nicht nur gesellschaftsprägende Einflüsse, kulturprägende Einflüsse haben, also unser Miteinander verändern, sondern auch etablierte Handlungspraxen in Fragestellen zum Beispiel und damit auch eine Auswirkung auf uns als Individuen haben. Deswegen gesellschaftlicher Metaprozess. Und das Ganze kann man auch nicht so unbedingt auseinandernehmen. Sie werden bei den Beispielen, bei den folgenden Beispielen auch immer wieder merken, dass man zum Beispiel gerade Individualisierung und Mediatisierung, genauso wie Globalisierung und Digitalisierung nicht so unbedingt voneinander trennen kann. Also dass diese Metaprozesse ineinander übergehen. Aber ich will versuchen, weil das sonst entsprechend zu viel wäre, jetzt für diese eine Sitzung möglichst den Fokus auf Mediatisierung und Digitalisierung zu setzen. Und jetzt nochmal einen Blick in die Gesellschaft werfen, wie ihn typischerweise Soziologen oder auch Ethnologen anstellen würden. Also einfach mal, wir gucken auf unsere Gesellschaft und gucken einfach mal, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Und dazu habe ich Ihnen ein paar Bilder mitgebracht. Das erste ist dieses hier. Vielleicht kennen Sie es, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Das war 2005. Der Papst ist tot, hieß es. Und hier sehen Sie ein Bild von Gläubigen, die zur Aufbauung des verstorbenen Papstes nach Rom gekommen sind. Und aufmerksam machen möchte ich Sie auf diese hellen Spots im Bild. Das sind nämlich Fotohandys, wie gesagt, 2005 gab es noch keine Smartphones. Fotohandys, mit denen versucht haben, die Gläubigen die Szene einzufangen. Und jetzt zeige ich Ihnen ein zweites Bild aus dem Jahr 2013. Und die hellen Spots zeigen das, was heute Realität für uns ist. Aber das Interessante dabei ist, da liegen nur acht Jahre dazwischen. Das war die Wahl von Papst Franziskus. Und Sie sehen, es wurde heller. Also das sind keinesfalls Kerzen, sondern das sind die Displays von Smartphones. Und auch da kann man sagen, okay, digitale Medien sind omnipräsent. Das war 2013, heute wäre das wahrscheinlich noch heller. Na ja, Smartphone. Aber hat sich wirklich was geändert durch das Smartphone? Also geht es irgendwie um ein technisches Gerät? Na ja, in jedem Fall geht es nicht um ein Gerät, sondern hier sehen Sie eine Grafik, auch schon ein bisschen älter, aber die zeigt es relativ gut, wie sich die Mensch-Computer-Relation bereits verschoben hat und weiterhin verschieben wird. Noch vor wenigen Jahren war es so, dass mehrere Menschen an einem Computer gearbeitet haben, sogenannte Meta-Frames waren das, also da arbeiten mehrere Menschen an einem Computer, an Terminals. Und dann gab es persönliche Computer, die nannte man auch so, Personal Computer. Eins-zu-eins-Relation von Mensch-Maschinen. Ja, und heute, wenn wir mal heute schauen, wie wir arbeiten, heute hat jede und jeder nicht nur ein Gerät, sondern mehrere. Und dazu kommen aber noch, und das zeigt die Grafik ganz gut, dass es eben nicht nur die gesichtbaren Geräte gibt, also Smartphones, Laptops und so weiter, sondern unsere Welt auch immer stärker nicht-sichtbare Computer enthält. Also gemeint sind Bremsassistenten im Auto zum Beispiel, oder Haussteuerung, Heizungssteuerung, smarte Zahnbürsten, Kühlschränke, was weiß ich noch alles. Und das ist gemeint, wenn die Informatikerinnen und Informatiker Internet of Things sagen. Also, dass unser Leben mittlerweile immer mehr durch Computer geprägt ist. Und da könnte man, da muss man kein Prophet dazu sein, um zu sagen, dass wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft beinahe jeder Gegenstand des täglichen Lebens ein Computer enthalten wird und diese dann auch untereinander vernetzt sein werden. Und das alles kann man, bzw. meine ich, wenn ich dann von der Omnipräsenz digitaler Technik spreche. Aber wichtig ist dann, da geht es eben nicht nur um reine Quantitäten, die definitiv steigen, sondern es geht tatsächlich auch um eine neue Qualität von Technik und damit auch um ein ganz neues Verständnis der Mensch-Maschine-Interaktion. Und in diesem Kontext möchte ich nochmal daran erinnern, also an die Folie, die ich Ihnen von Klaus Huggelmann gezeigt habe, in der Sitzung zu Sozialisationstheorien. Da hat Klaus Huggelmann ja eben aus der Perspektive 1980er bis 2006 die Medien in der tertiären Sozialisationsinstanz verortet, einfach aus der Erfahrung heraus, dass Medien im Wesentlichen für Informations- und Unterhaltungszwecke dienten. Aber wenn man nur das allein sieht, das ich Ihnen gerade zuvor gezeigt habe, dann muss man konsequenterweise sagen, dass wir mittlerweile die Medien eben nicht nur in der tertiären, Sozialisationsinstanz einordnen müssen, sondern eigentlich sie quergelagert sein müssen. Und das Ganze wird noch deutlicher, wenn ich weitermache mit der soziologischen, mit der ethnologischen Betrachtung unserer Gesellschaft. Das ist Niki. Niki ist Jazzsängerin, eine relativ bekannte. In einem Interview sagte sie mal, dass sie als Zwölfjährige aus Neugier Jazz gegoogelt hat. Und daraufhin wurde sie eine bekannte Jazzsängerin. Ich finde hieran erstaunt eigentlich gar nichts. Aber ich möchte mit diesem Beispiel, das könnten jetzt auch ganz andere sein, zeigen, dass wie unsere Wahrnehmung, also wie wir wahrnehmen und was wir wahrnehmen, in hohem Maße davon abhängig ist, welche Medien wir zur Verfügung haben. Oder erst mal durch Medien stattfindet. Denn, wenn man jetzt noch weiter recherchiert, dann stellt man fest, dass Niki aus Montreal stammt und Montreal die Stadt ist, in der jedes Jahr ein großes Jazzfestival stattfindet. Das heißt also, um mit Jazz in Berührung zu kommen, hätte Niki auch einfach nur vor die Tür gehen können. Aber stattdessen hat sie gegoogelt. Und auch das einfach nur als Hinweis, woher erhalten wir eigentlich unser Wissen, woher erhalten wir unsere Informationen. In hohem Maße durch Medien. Und das prägt auch die Jüngsten unter uns. Hier habe ich Ihnen ein schönes Bild einer Vierjährigen mitgebracht, die einen Laptop gebastelt hat, auf dem ein Prinzessinnen-Film läuft. Schön, oder? Richtig gut. Und damit dann direkt zur nächsten Beobachtung. Gestaltungsoptionen. Jetzt zitiere ich einen Informatiker. Reinhard Keil heißt er. Und er hat gesagt, zum ersten Mal in unserer Mediengeschichte kann das Objekt der Wahrnehmung auch unmittelbar zum Objekt der Manipulation werden. Hört sich kompliziert an, ist es aber tatsächlich gar nicht. Was er damit meint, ist, dass wir nicht nur Medien nutzen können, um unsere Welt wahrzunehmen, wie im Fall von Niki, sondern dass wir gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, dieses mediale Artefakt zu gestalten, zu designen, selbst zu produzieren, zu verändern und weiterzugeben. Das meint er damit. Das heißt also, das Objekt der Wahrnehmung können wir selbst gestalten. Und da steckt auch wieder viel Interessantes drin, mit Bezug auf den Bildungsbereich, beziehungsweise auch mit Bezug auf die Möglichkeiten, die wir insgesamt mit Medien innerhalb unserer Gesellschaft haben. Zunächst aber muss ich sagen, dass Manipulation ja üblicherweise so einen negativen Touch hat und das denn nicht falsch verstanden wird. Reinhard Keil meint nämlich hier jetzt nicht den Begriff aus der Soziologie oder aus der Psychologie, der üblicherweise so mit verdeckter Einflussnahme oder einer Konditionierung vielleicht sogar übersetzt werden kann, sondern meint es tatsächlich sehr in einem eigentlichen Wortsinne. Also auch wieder Manus, da haben wir die Hand, Pläre, also Dinge in der Hand haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Medien in der Hand zu haben, sie entsprechend designen und gestalten zu können. Und da steckt auch pädagogisch einiges drin, Stichwort Handlungsorientierung, aber da komme ich dann in der übernächsten Woche drauf. Erstmal nochmal zurück und da so einen kleinen Rückgriff nochmal auf die letzte Sitzung, nämlich Sozialisation, da habe ich ja gesagt, der Mensch ist ein realitätsverarbeitendes Subjekt und Bär sagt dann in Bezug auf eben diese Entwicklung, die ich gerade jetzt anhand des Informatikers, also anhand des Zitats des Informatikers dargestellt habe, ja und gleichzeitig aber werden wir damit mit der Möglichkeit unsere Medien auch zu gestalten, zu designen, werden wir damit auch zum realitätskonstruierenden Subjekt. Also nicht nur realitätsverarbeitendes Subjekt, wir nehmen Dinge wahr, verarbeiten sie entsprechend, sondern wir können auch die Realität konstruieren, wir können diese Welt auch gestalten. Natürlich nur im jeweiligen Rahmen, aber beispielsweise mit, wenn sie eine tolle Idee haben, ein wunderbares Lied aufnehmen, stellen das ins Netz und erreichen damit Menschen, machen Menschen glücklich, damit können sie die Welt ein bisschen verändern. Viele andere Beispiele gibt es noch. Und das meint er damit, mit dem realitätskonstruierenden Subjekt. Also gerade in Bezug auf Sozialisation, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil Sozialisation wird immer, also wird relativ häufig in eine Richtung verstanden, dass nämlich die Gesellschaft das Individuum prägt. Hey, aber andersrum ist es genauso. Das heißt, wir als Individuen prägen gleichzeitig ja auch die Gesellschaft. Und in dem Moment, in dem wir die Medien zur Verfügung haben, können wir das in höherem Maße. Und das können sie tatsächlich auch tun, indem sie bestimmte Dinge liken. Verändern sie auch ein bisschen. Oder nicht liken. Das ist damit gemeint, mit diesem realitätskonstruierenden Subjekt. Man könnte also festhalten, mit der Vorstellung, dass Kommunikation nicht nur zwischen Menschen erfolgt, erweitern wir erstmal unsere Kommunikationsräume. Und mit der Erweiterung des Mediums, vom Objekt der Wahrnehmung zum Werkzeug, also was Reinhard Kall gesagt hat, unsere Handlungsspielräume. Erstmal nur theoretisch. Was wir dann daraus machen, ist natürlich eine andere Frage. Und damit komme ich nochmal zu dem zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich mit diesen Gestaltungsoptionen erfüllen sich die Wünsche dieser beiden Visionäre, Bert Brecht habe ich schon genannt, er wünschte sich ja, dass das Radio von einem Distributionsapparat, also wie man auch für Propaganda entfremden könnte, sondern wünschte er sich, dass das ein Kommunikationsapparat wird und im Prinzip haben wir das. Und Dieter Barke, der die Medienpädagogik sehr stark geprägt hat, unter anderem auch den Begriff der Medienkompetenz, sagte, als kommunikativ kompetente Leben bewiesen und aktive Mediennutzerinnen und Nutzer, die technischen Instrumente zur Verfügung stellen, die sie oder ihn befähigen, sich über das Medium auszudrücken. Das heißt also, auch da steckt so ein Empowerment-Gedanke dahin, im Bezug auf Medien, der darauf zu führen ist, dass wir die Möglichkeit haben, diese Medien eben nicht nur wahrzunehmen, sondern auch selbst zu gestalten. Also anders als Massenmedien zum Beispiel. Und auch das ist ein Aspekt, den ich vorhin schon mal anteaserte im Kontext von Social Media, also des Medienwandels in Bezug auf Social Media, dass diese technische Vernetzung auch eine soziale Vernetzung ermöglicht und in dem Moment auch noch geringer, als es damals schon durch die Schrift und durch den Buchdruck möglich war, räumlich und zeitlich determiniert wird. Das heißt also, während dessen soziale Eingebundenheit immer an räumliche Nähe gebunden war, vernetzen wir uns, können wir uns heute über das Netz verbinden. Und eben nicht nur durch soziale Netze, sondern entsprechende Plattformen, Foren und so weiter. Also das heißt, man könnte sagen, durch die Konvergenz dieser physischen und digitalen Realitäten können wir Grenzen überwinden und neue Formen der Vergesellschaftung erleben. Und in einer Extremform, möchte ich sagen, konnten wir das ja aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen erleben, jetzt in den letzten Jahren. Dieses unfreiwillige Großexperiment hat natürlich nicht nur uneingeschränkt Freude gemacht, klar. Aber, was man sagen muss, ist, dass, und damit gleichzeitig auch eine These, ohne Medien, konkret ohne digitale und vernetzte Medien, wären wir im Lockdown, man sprach ja immer von Social Distancing, ja, aber streng genommen war es Physical Distancing, sozial konnten wir uns ja vernetzen. Es fühlte sich zwar nicht so echt an, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte und wie das vielleicht Face-to-Face auch möglich ist, aber, da denke ich, denke ich, also habe ich zumindest in dieser Zeit häufiger an die Situation zum Beispiel der spanischen Grippe gedacht, die ja ziemlich genau vor 100 Jahren, also das war die letzte globale Pandemie, die wir hatten, und da hatten die Menschen nicht die Möglichkeit, sich über digitale und vernetzte Medien zu verbinden. Das war, glaube ich, um einiges härter noch als das, was wir hatten jetzt. Und da könnte man fast sagen, Dank der digitalen Medien. Also das ist ein Aspekt, den ich an dieser Stelle, also die vorherige Folie, hatte ich sozusagen immer in diesem Foliensatz, das ist etwas, was ich jetzt ergänzt habe, und was ein gutes Beispiel ist, finde ich, wie Medien das, also wie sozusagen die neueste Erfahrung, das nochmal gestützt hat, dass Medien unsere Kommunikations- und unsere Möglichkeitsräume erstmal erweitern. Wie gesagt, was wir dann daraus tun, ist dann häufig eine andere Frage. Es gibt natürlich andere Thesen, also einige sagen, ja, Medien immer wieder, Medien führen zur Vereinsamung. Individualisierung ist ja eine der Metaprozesse, die ich Ihnen vorhin auch genannt habe, und wenn man sich dieses Bild in der Tokiota U-Bahn anschaut, dann bestätigt das ja, wenn man jetzt die, wenn man in die S4 steigt, Richtung Stuttgart, das gleiche Bild, ja, ich habe jetzt nur die Tokiota U-Bahn genommen, weil das nicht so diese Vierer-Sitze, da kann man das besser sehen, dass wirklich alle, 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 ein Tablet, ein Smartphone oder ähnliches in der Hand haben. Und man könnte ja jetzt durchaus davon ausgehen, dass das zur Vereinsamung führt, Individualisierung. Aber irgendwie ist das nicht so neu. Das ist ein Bild aus einer New Yorker Straßenbahn und da waren es keine Smartphones, die die Menschen in der Hand halten, sondern Zeitungen. Und gerade so in der Erkältungszeit ist so eine Zeitung, bietet so eine Zeitung durchaus mehr Schutz als so ein Handy. Aber was steckt da drin? Was ich damit sagen möchte, ist, vielleicht geht es gar nicht um die Smartphones, um die jeweiligen Medien, sondern vielleicht geht es einfach viel mehr darum, was wir mit diesen Medien oder sozusagen, wie wir uns wohlfühlen, was wir mit diesen Medien machen wollen. In diesem Fall, glaube ich, geht es einfach darum, und vielleicht ist das was Anthropologisches, dass man auf dem Weg zur Arbeit einfach erstmal seine Ruhe haben will. Dass man nicht mit jedem ständig schwätzen, ständig angesprochen werden will, sondern sich vielleicht ein bisschen hinter seinem Handy oder hinter seiner Zeitung, je nachdem, um welche Zeit es geht, verstecken möchte. Also vielleicht sind die Medien gar nicht daran schuld, sondern es ist eher was allzu Menschliches, dass wir mal was anderes machen wollen. Da blätter ich mal drüber weg, das ist noch eine weitere Studie. Wir kommen zur Entgrenzung, also eine weitere Beobachtung. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, das ist tatsächlich ein bisschen her. 1999 gab es die Werbung, ich habe vorhin schon von Akustikkopplern gesprochen, man musste sich in das Netz einwählen und das wurde durch Online-Dienste, die hießen die damals, ein bisschen leichter gemacht und da hat Boris Becker, der war mal Tennisspieler, die meisten wissen das nicht mehr, aber der hat damals Werbung gemacht für einen Online-Dienst mit dem Slogan Bin ich schon drin? und das bezieht sich darauf, dass man sich in das Internet seinerzeit noch einwählen musste und auch heute ist es ja immer so, dass das differenziert wird, gerade, ich glaube, das trifft auf Sie nicht zu, aber gerade so von Menschen meines Alters und drüber, wird häufig differenziert zwischen Online und Offline. Also das eine ist die echte Welt und das andere ist die virtuelle Welt und da ist es schon nach relativ, deswegen habe ich Ihnen hier absichtlich auch ein paar ältere Studien hier hineingestellt, dass für die meisten Kinder und Jugendlichen dieser Unterschied schon seiner Zeit, also die eine Studie ist aus 2014, ein weiteres ist aus 2016, 2017 und 2018, immer wieder bestätigt wird, dass es diese Differenzierung zwischen Online und Offline einfach gar nicht mehr gibt, sondern dass auch das konvergiert zusammengegangen ist, dass wir gar nicht mehr unbedingt entscheiden, ist es Online, ist es Offline, warum auch? Ja, also warum sollte man das entscheiden? Das eine ist genauso echt die das andere, weil ja dahinter, hinter diesen Messages, hinter diesen Posts, hinter diesem Like und so weiter, ja andere Menschen sind. Zumindest meistens. Und damit kommen wir zur nächsten Entgrenzung. Aber kurz vorher noch mal zu dieser Form der Entgrenzung, also dem Zusammengehen. Das gibt natürlich auch didaktische Möglichkeiten, die mit, jetzt in diesem Fall mit Virtual Reality oder Augmented Reality, jetzt in diesem Fall Augmented Reality verbunden sind. Augmented Reality kennen Sie einfach, wenn Sie eine Navigations-App haben, die Ihre Kamera noch mitnutzt, wie ich es hier gezeigt habe, auf dem Bild. Man hat die Kamera aktiviert und man bekommt entsprechend eingeblendetes, ein virtuelles, einen virtuellen File, der natürlich nicht von der Kamera aufgenommen wird, sondern entsprechend vom Navigationssystem und der einen dann entsprechend leitet. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, auch das didaktisch zu nutzen. Hier habe ich jetzt ein Beispiel aus der Medizindidaktik, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und gerade in Bezug auf Augmented Reality, wenn Sie da entsprechend die aktuellen Nachrichten verfolgen, da passiert unglaublich viel gerade. Das ist ein Beispiel von Anfang dieser Woche, in dem in Portugal und Spanien erst mal zwei Chirurgen gemeinsam zusammengearbeitet haben, der eine in Spanien, der andere in Portugal. Nur der eine entsprechend auch an der jeweiligen Patientin in diesem Fall und der andere hat ihn entsprechend aus dem anderen Land unterstützt, fachlich. Und die Idee dahinter ist, dass man dieses Remote Proctoring zum Beispiel dafür nutzen kann, Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen, die in abgelegenen Gebieten arbeiten und die entsprechend da fachliche Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen dann über das Netz bekommen können und über eine spezielle Brille in diesem Fall, man sieht es leider nicht ganz so gut auf dem Bild, aber es geht, über eine spezielle Brille dann auch die Möglichkeit bekommen. Einblendungen, davon habe ich jetzt leider kein Bild, beispielsweise sagt dann der Kollege hier, hier musst du schneiden und bitte nicht dort. Und sozusagen auch das Messer lenken kann und sie dann gemeinsam zur besten Entscheidung kommen können. Also ganz viele Möglichkeiten, wenn Sie da die Augen offen halten wollen, Augmented Reality, da ist unglaublich vieles möglich, gerade im technischen Bereich, also auch bei der Reparatur von Geräten, aber hier sozusagen nochmal das ganz aktuelle Nachricht. Ja, also zusammenfassend, kann man sagen, digitale Technik und Medien sind eigentlich mal omnipräsent, sind die technische Vernetzung ermöglicht soziale Vernetzung in höherem Maße, sie beeinflussen unsere Wahrnehmung der Umwelt und entsprechend dann auch die produktive Verarbeitung, Stichwort aus der Sozialisationstheorie, aber wir erzeugen mit ihnen auch Realitäten und können damit selbst die Umwelt beeinflussen und damit verschwinden die Grenzen zwischen physischer und virtueller Welt, wie wir gerade gesehen haben, auch teilweise beabsichtigt, wie bei Augmented Reality. Gleichzeitig, also unterm Strich, ermöglichen oder erweitern dann digitale Medien unsere Kommunikations- und Handlungsspielräume. Das nur so an der Stelle nochmal zusammengefasst. Das heißt also, wenn wir uns nochmal die Grafik von vorhin anschauen, Konsens besteht, denke ich, in Bezug auf die Mediatisierung, dass sie entsprechend unsere soziale und materielle Welt beeinflusst, aber gilt das Gleiche und in dem Maße auch für diesen Metaprozess der Digitalisierung. Das ist die Frage und das ist tatsächlich auch eine Frage, die in der medienpädagogischen Community verhandelt wird und das ist beispielsweise Gerd Toloziecki, der sagt, Kinder und Jugendliche und die meisten Erwachsenen kommen ja in der Regel nicht mit dem Digitalen in Rohform in Verbindung, sondern mit dem sozialen, medialen, kommunikativen Anwendungskontexten und damit meint er, ich habe das hier mal versucht in dieser Grafik zu visualisieren, damit meint er die Medien und damit hat er natürlich erstmal Recht, aber, und das will ich eben mit diesem Bild veranschaulichen, dass nämlich die Medien, die in direkten Bezug zum Subjekt, zum Individuum haben, also eben über diese Anwendungskontexte, wie er eben sagt, gleichzeitig aber durch die digitale Basis, also durch die Hardware, durch die Software, durch die Applikationen, die sich dahinter verbergen und diese eingeschriebenen, in Software und Hardware eingeschriebenen Aspekte, diese Medien mit beeinflusst. Das heißt also, die These von vorhin, können wir wirklich davon ausgehen, dass jedes mediale Artefakt von einem Mensch designt wurde, gestaltet wurde. Nein, können wir nicht mehr. Weil zunehmend, und gerade im Kontext von Machine Learning, also Algorithmen und Machine Learning, ich sage gleich nochmal, was das im Einzelnen bedeutet, in höherem Maße auch das Medium selbst beeinflusst wird, das dann wiederum über das Medium einen Bezug zu uns als Person, als Individuum hat. und da kommen wir dann in Zusammenhang mit diesen Prinzipien, Prinzipien des Medialen, Prinzipien des Digitalen, also Teil davon haben wir uns schon angeschaut, Rezeption, Kommunikation, Interaktion, aber eben in Bezug auf die Digitalität, die Referenzialität, die Vernetzung, die Softwareorientierung hatte ich als Stichwort schon gebracht, aber auch die Algorithmizität, nämlich die Orientierung an diesen Handlungsanweisungen, die in Software eingeschrieben sind. Und um das nochmal besser nachvollziehen zu können, müssen wir einen kurzen Schritt zurück machen und müssen uns nochmal anschauen, was ist eigentlich Digitalisierung? Eigentlich ist dieser Begriff nicht so richtig passend, denn eigentlich beschreibt dieser Begriff, ich habe es hier mal zusammengeschrieben, Digitalisierung bezeichnet üblicherweise die Übertragung analoger Erscheinungsformen in diskrete Werte mit dem Ziel, diese elektronisch zu verarbeiten oder zu speichern. Hört sich kompliziert an, ich kann es erklären an einem ganz einfachen Beispiel an der Situation hier gerade. Damit Sie mich besser verstehen, habe ich hier ein Mikrofon und dieses Mikrofon üblicherweise übertragen wir übertragen wir Stimmen oder auch Musik übertragen wir über Schallwellen und dieses Mikrofon ist in der Lage, diese Schallwellen aufzunehmen und gibt diese weiter an einen kleinen Magneten, der sich innerhalb einer Spule befindet. Und diese Spule, also dieser Magnet bewegt sich und diese Spule induziert dadurch einen kleinen Strom. Der wird entsprechend verstärkt und in den Lautsprechern, die hier im Raum eingebaut sind, passiert das Gleiche nur andersrum. Auch da ist wiederum dieser etwas verstärkte Strom, bringt die Spule beziehungsweise den Magneten innerhalb der Spule wieder ins Schwingen und versetzt diese Membran der Lautsprecher wieder in Schwingung und verstärkt dann in dem Moment das, was ich Ihnen erzähle. Und wenn Sie sich dieses Signal, dieses elektrische Signal anschauen würden, dann sieht das so aus wie dort links. Und jetzt haben wir ein Grundproblem digitaler Technik, nämlich, dass der Computer nur in der Lage ist, also solche analogen Signale kann er nicht verarbeiten, sondern tatsächlich nur Einsen und Nullen. Übersetzt könnte man sagen, Strom liegt an, Strom liegt nicht an. Spannung liegt an, also Strom fließt, Strom fließt nicht, Spannung liegt an, Spannung liegt nicht an. Ganz, ganz korrekt. Also Eins und Null. Und Digitalisierung ist genau dieser Übertrag. Also das heißt, wenn ich ein analoges Signal, das ganz verrückt aussehen kann, übertrage in eben dieses Ein und Aus. Strom da, Strom nicht da. Mit dem Vorteil, dass, und das merken wir dann auch, wenn es, ich hatte ja schon über Konvergenz gesprochen, dass diese Daten, dass diese Einsen und Nullen auch unabhängig vom jeweiligen Medienformat gespeichert werden können. Also erinnern Sie sich, ich sagte ja, wenn wir früher ein Foto aufnehmen wollten, brauchte man eine Fotokamera und dann wurde das Foto auf einen Film, das man mit komplizierter Chemie entsprechend entwickeln musste, entwickelt. Wenn man ein Ton, ein Tondokument anlegen wollte, Musik aufnehmen wollte, brauchte man ein Tonbandgerät oder ein anderes Gerät, dass das erreichen konnte. Ganz anderes Prinzip. Einsen und Nullen sind universell. Und das ermöglicht genau diese, also technisch gesehen, ermöglicht genau diese Konvergenz, also dieses Zusammenspiel von unterschiedlichen Medienformaten, unterschiedlichen Medienfunktionen in einem Gerät. Wenn das vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell ging, dann haben Sie da auch noch die Möglichkeit, sich diese Videos anzuschauen. Die finden Sie bei mir im YouTube-Channel unter Medienpädagogik im Schaukelstudium. Da erkläre ich das nur noch ein bisschen, mit ein bisschen mehr Zeit. Aber zunächst mal und an der Stelle, das ist der wesentliche Punkt, Digitalisierung ist vielleicht, wenn Sie sich das anschauen, kann man das machen mit analogen Signalen, wenn wir von digitale Schule sprechen oder wenn wir von digitale Bildung sprechen oder anderen digitalen Dingen, digitale Hochschule, dann stellt man fest, irgendwie ist es nicht der passende Begriff, weil ich kann natürlich ein komplexes System nicht so übertragen, wie ich beispielsweise Musik oder Stimme einfach digitalisieren kann. Und deswegen spreche ich lieber vom digitalen Wandel in diesem Zusammenhang, digitale Transformationsprozesse, auch um nochmal klarer zu machen, dass es eigentlich nicht darum geht, dass es eine, also diese, eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die nur von Technikerinnen und Technikern, von Informatikern und Informatikern zu bewältigen ist, sondern vor allem, von uns allen und vor allem vom Bildungsbereich, also eine pädagogische Aufgabe ist. Das bedeutet, diese ganzen Medieninnovationen, die ich Ihnen heute jetzt vorgestellt habe, sind Beispiel, sind stellvertretend dafür, dass immer dann auch wir uns als Persönlichkeiten, wir uns als Gesellschaft auch weiterentwickeln mussten. Und wenn man sich jetzt gerade die aktuellen Beispiele anschaut, stellt man fest, ja, Digitalisierung ist ein Bereich, der eben nicht nur eine Aufgabe für Technikerinnen und Techniker ist, sondern für alle, streng genommen. Also etwas, was wir gestalten müssen. Wenn Sie sich dafür näher interessieren, noch ein kurzer Werbeblock. Ich arbeite schon ein bisschen länger an dem Thema und haben gerade jetzt in Bezug auf digitaler Wandel der Bildungseinrichtungen einiges an Veröffentlichungen herausgegeben. Finden Sie alles in Ihrer Bibliothek. Ich sorge immer dafür, dass da entsprechend genug sind und dass Sie entsprechend Einblick bekommen können. Wir können aber auch noch in den nächsten Sitzungen, in den Online-Sitzungen, uns darüber noch verständigen. noch einen Begriff möchte ich Ihnen mitgeben. Ein weiterer Begriff, den Sie vielleicht auch schon gehört haben, der ein bisschen besser passt, weil er nämlich die gesellschaftliche, die kulturelle Besonderheit der Digitalisierung aufgreift und das nochmal auf den Punkt bringt. Und dieser Begriff ist der Begriff der Digitalität, den der Zürcher-Kollege Felix Stalder geprägt hat und in die gesellschafts- und kulturtheoretischen Button eingeführt hat. Hier sehen Sie ein Buch aus 2016, Kultur der Digitalität. Und der Begriff soll verdeutlichen, dass bestimmte Aspekte, ich nenne sie Prinzipien, ich könnte auch sagen Ontologien, digitaler Technik und Technologie, Auswirkungen auf Gesellschaft, Kultur und Individuen. Sie sehen, das ist sozusagen ein durchlaufendes Ding. Und diese Prinzipien nennt Stalder Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Und jetzt gibt es noch einige, die sich ebenfalls mit dieser kulturtheoretischen Bedeutung der digitalen Medien beziehungsweise der Digitalität beschäftigt haben. Und die haben ähnliche, ähnliche Prinzipien, Ontologien identifiziert. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Text von mir, den ich hier rausgestellt habe. Und was auffällt, ist, dass wir einen Begriff haben, der sich immer wieder findet. Und das ist die Algorithmizität. Und deswegen, ganz kurz hatte ich Ihnen ja versprochen, dass wir uns diesen Begriff noch anschauen, der überall gerade genannt wird und eigentlich etwas ganz Einfaches. Es hört sich kompliziert an, ist aber tatsächlich etwas relativ Einfaches. Algorithmus ist nämlich eine Anleitung, eine Handlungsanweisung für Maschinen beziehungsweise Computer. Eine Handlungsvorschrift könnte man auch sagen zur Lösung von technischen beziehungsweise informatischen Problemen. Und das Ganze sieht im Beispiel auch wieder noch einfacher aus. Hier habe ich Ihnen mal einen Spaghetti-Koch-Algorithmus mitgebracht, damit Sie sich das relativ einfach vorstellen können. Ja, tatsächlich, so einfach kann es sein. So einfach ist ein Algorithmus. Wie koche ich Spaghetti, fülle an Wasser, fülle Wasser in einen Topf, erhitze das auf einem Herd und dann kommt das Entscheidungsfeld. Kocht das Wasser? Ja, dann bitte Spaghetti hinzugeben, Sie kennen das alle. Wenn nicht, läuft eine Schleife so lange, bis entsprechend das Wasser kocht. Damit haben Sie in einer Minute verstanden, was ein Algorithmus ist. Und ein Algorithmus ist also erstmal eine programmierte Handlungsanweisung. Richtig spannend wird es in den letzten Minuten jetzt heute, wenn nämlich Algorithmen nicht nur diesen Handlungsalgorithmus wie Spaghetti kochen, abarbeiten, sondern wenn man einer Maschine die Handlung gibt, lerne selbst. Lerne aus deinen bisherigen Erfahrungen, nutze Sensoren beispielsweise, nutze Daten, um selbst Handlungsanweisungen zu geben. Und dann wissen Sie, was ich mit dem Begriff des Machine Learnings meine, was langläufig als künstliche Intelligenz, KI, AI, bezeichnet wird. Und da wird es entsprechend interessant. Also Fähigkeiten, die wir nämlich bis vor kurzem noch genuin als absolut Menschlichkeiten können, in Zukunft Maschinen. Und damit ist die Zeit tatsächlich zu Ende, in der wir Menschen, die einzigen sind, die Medien gestalten. Und damit, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir es geschafft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag, einen schönen Resttag noch. Alles Gute.